Was passiert, wenn pulsierende Beats und sphärische Klinge auf Wasserfontänen und Feuersäulen treffen? Erlebe es selbst in diesem Sommer. Erlebe Aquanario meets Schiller live im Konzert. Sunshine Live präsentiert das Multimedia-Spektakel des Jahres. Sei dabei, wenn sich Wasser, Laser, Feuer, Pyrotechnik und Licht zur Musik von Schiller bewegen. Einem unserer kreativsten Künstler der elektronischen Musik. Genieße auf dem über 400 Quadratmeter großen Waterscreen einzigartige Showmomente. Aquanario meets Schiller live im Konzert. Am 27. Juli in der Commerzbank Arena in Frankfurt und am 31. August auf dem zentralen Festplatz von Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket für dieses unglaubliche Erlebnis unter aquanario.com und sunshine-live.de Sunshine Live Electronic Music Radio 12. Juli in der Commerzbank Vielen Dank.